Die lokale Aktionsgruppe Elb-Hafelwinkel setzt auf die Entwicklung des sanften Tourismus. Unberührte Natur, Raum zur Entschleunigung, Zeit für einzigartige Naturbeobachtungen. Weite Teile der Region stehen unter Naturschutz. Im Frühjahr und im Herbst rasten hier tausende Zugvögel. Natur pur, ideal für kleine Fluchten aus dem Alltag. Besonders beliebt ist der Elb-Hafelwinkel bei Radfahrern. Der Havelradweg führt über weite Strecken am Deich entlang, vorbei an idyllischen Dörfern. Wie an einer Perlenkette reihen sich hier die prächtigen Bauten der Straßen der Romanik aneinander. Die Stadtkirche von Sandau und der Havelberger Dom mit seinen Kreuzgängen gehören zu den einzigartigen norddeutschen Backsteinbauten. Die Stadtkirche von Sandau und der Guinness Untertitelung des ZDF, 2020